Hallihallöchen, servus, grüß dich und hallo, wir sind wieder bei Raft. Ähm, ja, da haben wir gestern aufgehört. Äh, gestern, vor einer Woche, vor zwei Wochen, keine Ahnung. Für uns ist es fünf Minuten her. Damals, eges Zeiten, war es prieres, als wir noch jung waren. Mei, da haben wir Raft gespielt den ganzen Tag. Ich mein, ich kannte so Geschichten, verzeih mir damals, mein, ich sag das. Ja, eh, das ist ja das. Auch ein Schiff sind wir gewinnen. Ähm, wir waren gerade dabei und ich kann gerade keinen Heilküter herstellen. Ähm, den brauchen wir aber, oder wir... Möchtest du jetzt da... Ja, möcht ich. Bissere Fischen, gell? Ja. Ich möchte mal was essen. Und ich habe gerade ein Problem mit dem Heil. Aber die können wir nicht... Ich versuche, dass ich... Hauen wir zusammen. Äh, tu du gleich einmal... Au! ...zerstören. Wenn? Äh, aufglauben, alles und ich kümmert mich um mein Heil. Okay. Wenn ich es überlebe. Und dann wollen wir mal ein bisschen aufbauen. Das könnte nämlich ein großes Problem werden. Ich habe Stein. Ich habe Kupfer. Ich habe Kupfer. Ich habe keinen Sauerstoff. Ja, das habe ich auch. Oh Gott. Achtung, hi! Ja, das ist gut. Ich habe Sand. Heusch die Sau. Ich muss... Ich muss... Immer herkommen zu mir, du. Ich muss aufs Floß. Sonst war es das. Ah, ich war zu langsam. Du musst, sobald du das Maier freist, musst du reinstechen. Das ist, was sie sagte. Ja, ha, 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 ha. Okay. Hoppala. Wenn ich es nicht daneben wirf. Okay. Kann ich nicht erforschen. Gut. Kann ich dafür Sand erforschen? Auch nicht. Ja, so viel Zeit, wie brauchen wir noch Kisten. Wir brauchen definitiv noch Kisten. Es wird unsere Essenskiste. Essenskiste? Ja. Finde ich gut. Ich komme nicht über den Grill. Hier, hier. Sackgesicht. Ich glaube, ein Mango ist ich gleich. Ich habe eine Kaut. Das ist die zweite, ein kleiner. Dann ist es weiter. Ich habe übrigens eine Riesenmuschel. Schlecht. Du hast eine Riesenmuschi. Muschel. Ah, sorry. Das wäre das gleich. Oh, wir können wir ernten. Und dann hat du noch nicht ernten. Hoppala verlassen. Warum? Also, ich habe einen Fisch hier vorher gerade noch mal gekaut. Du hast einen Kau. Ja, noch mal gekaut. Ja, noch mal gekaut. Oh, das ist gut. Ich weiß nicht, wie viel jetzt das aushält. Oh, voll. Ja, noch mal gekaut. Das schaffst du. Das machst du. Easy snack. Easy snack. Ich habe noch mal gekaut. Oh, jetzt habe ich gerade einen Lauf. Oh, jetzt geht es aber los. Ich habe noch mal gekaut. Wo bist du denn mit dem Hai? Hinter dir. Ah. Was ist er denn? Er hat noch mal gekaut. Ah, gleich zwei Mal hintereinander. Double kill. A double hit. Easy. Ich habe ihn auch noch gestochen. Haha. Nice. Ich glaube, viel hat er nicht mehr als schon ein bisschen verletzt. Ah, das war vorher schon. Hi. Zwei Ball habe ich nicht schon getroffen. Meine wird er mir schon zweimal. Ich glaube, dass mein Speer hier wird. Vor allem habe ich das gefeuert. Ich glaube, dass ich das gefeuert habe. Gehen wir wieder. Da muss ich dann meine Kochkünste wieder walten lassen. Genau. Er ist immer der Koch. Gelernt der Koch natürlich. Gelernt der Easy Snack. Also was man jetzt so in der Wildnis lernt, ist ja glaube ich ganz normal. So, dann mal wieder Aaron Ten. Du bist noch nicht Erntereif? Doch. Erntereif. Ich bin Erntereif. Ich reife Ernte. Pamela ist auch Erntereif? Bitte was? Pamela Reif? Nicht? Okay. Hä? Ach nix, Mani. Das erkläre ich dir ein anderes Mal. Ja, okay. Ich glaube das ist wieder mal nicht jugendfrei, so wie immer. Pamela Reif ist so eine blonde TV-Schönheit. Ich glaube aus den... Sag ich doch. Ich bin der einzige. Ja, also ganz jugendfrei ist es nicht. Das war aber so ein... Männertraum. Weißt das nicht. Das sind die Männer. Na, wir sind denn die? Schlimm. Sabieren? Ja. Meistens. So, jetzt auch noch ein bisschen abbauen. Wieder Luft holen. Achso, bist du ja schon dabei. Sehr gut. Ja, Fräule. Ja, Fräule, sehr klar. Na, Fräule. Jetzt darfst du. Ich könnte jetzt, muss ich aber dann wirklich mal das Licht einschalten. Ja, mach. Ja, mach doch. Ich schaue schon ein bisschen... Oh, da ist eine Kiste. Nein, hast du eine Kiste gefunden? Oh. Ja. Kiste gefunden. Wahnsinn. Ich habe keine Kiste gefunden. Da ist irgendwas blaues zum Oberbauen. Was ist denn das? Eisen. Seitdem gibt es ein Eisen. Eisen? Das ist Metall jetzt. Ja, ist Eisen. Eisen und Metall ist ein Unterschied. Bitch. Ja, Scharniere. Ja, Scharniere. Oh, oh mein Gott. Warum bist du so erstaunt, dass du Luft holen musst wegen dem Scharnier? Ja. Okay. Nein, mein Charakter hat Luft holen müssen. Du kannst bei ganzem Feuer bauen. Oh, ich weiß schon. Ich habe gerade meinen Haken zerstört. Oh, ich habe gepupst. Was? Was? Bitte, was? Was? Ist das passiert? Was? Ja, du nimmst so Wörter in den Mund, die ich nicht mal aussprechen würde. Ah. Aha. Ausgerechnet du. Ja. Das war so. Wo will ich so brav fanden wie der Manni? Hallo? Wie? Ich glaube, ich habe meine Seite abgegrast. Das glaube ich nicht. Ich glaube, der Hai ist wieder da. Weißer Hai. Wo ist der Sau? Ja. Ich bin jetzt schon 5 Minuten rum. Ja. Geht hin. Möchtest du für mich verarschen? Hm. Na, möchte ich eigentlich nicht. Äh nicht auch. Mhm. Aber ich glaube, greift er nicht ab. Ja, ein Hai kommt immer nicht. Okay. Und ist das dann nicht so? Ich weiß fein nicht. Ich glaube, der greift er genauso ab. Na, geh hier. Ich habe mich als würdig erwiesen. Wo ist er denn? Bei mir. Wo bist denn du? Irgendwo neben der Insel. Geil, wie das sonst denkt. Wo am Rand? Nein, ich bin nicht so weit weg. Ich sehe das Floß noch. So, mein Inventar ist fuhl. Mein Speer ist weg. Ähm, Essens... Essensmäßig haben wir noch ein bisschen was. Was ist da jetzt was hier drin? Sand. Und... Geht da jetzt Kupfer rein und Metal? Äh, kannst du bitte zu mir kommen? Wo bist du? So. Sehst du mich? Nein. Auf dem Fluss stehst du, oder? Nein. Ich bin unter Wasser. Achso. Ich bin wahrscheinlich genau auf... Links herum um die Insel oder rechts herum? Äh, links herum. Aber wie gesagt, ich sehe es Floß noch. Ah, ich sehe es noch. Da ist ein Hai. Da ist der Mani. Genau, du kannst da ein Go-Bau, wenn du möchtest. Ah, da schwimmt noch ein Hai. Hallo. Greifst du mich jetzt an? Ja. Du Schwein. Mach mal was. Mach mal zu zweit noch mal Blatt. Dann haben wir noch mal 5 Minuten. Ich hasse Hai töten. Oh, jetzt ist mein Spür kaputt. Na toll. Das war eine hinterhältige Attacke von deinem scheiß Hai. Komm, Holzspür herstellen. Wie fahre ich denn der aus? Ich glaube 10 Schläge. Nein, das klingt nicht. Ah, da geht es schon wieder. Kassiert oder? 1915. Das klingt auch nicht. Komm her. Komm her. Kassiert oder wieder? Kassiert. Hoppen. Heiss. Warte, ich nehme mir gleich mit. Ja. Mein Speer ist dafür ja drauf gegangen. Ich habe einen ganzen Speer versenkt in dein Hai. Ah, hier und Holbern. Dann tue ich hier noch abbauen. Nö. Während der Mani sich was Neues holt. Nö. Fahren wir weiter. Nö. Also tun wir schon noch abbauen. Ja, ja. Aber ich bin gerade ein wenig auf der Suche nach Lehm und eigentlich noch Ton und Sand. Warte. Bin gleich wieder da. Dein Moment. Okay. Nicht. Reizüberflutung für Zuschauer. So. Jetzt ist sie wieder heller. Hä. Ja. Bin mir jetzt nicht sicher. Aber ich glaube, wir haben also ziemlich alles sie dann. Ich glaube auch. Ja. Da ist ja gerade nichts mehr. Ja. Ja. Ich habe noch was gefunden. Metall, Erz und ein paar Steine. Dann take it with you. Sowieso. Jetzt haben wir noch was essen. Oh, essen trinken soll ich dann auch mal irgendwann. Und Sauerstoff. Und Sauerstoff. Für Essen wird gesagt. Sauerstoff. So. So. Da haben wir noch ein wenig Material. Stein haben wir noch. Bauplan, Antenne, Empfänger und Riesenmuschel. So. Können wir jetzt mit dem Scharnier noch erforschen. Soll ich das Scharnier schon mal erforschen? Ja. Bitte. Und den Nagel wahrscheinlich auch. Ja. Bitte. Er hat Nagel gesagt. So. Ende. Abflug. So. Wir kommen jetzt. Soll ich alles leeren? Ja. So hat es einiges. So. Ich mache jetzt ein paar nasse Ziegel. Unter anderem. Ja. Jetzt mache ich Anbauflächen für Bäume. Große Lagerkisten. Hast du Sand und Ton? Nein. Nicht. Warte. Doch. Ich habe drei Ton. Und Sand habe ich als Kissen. Okay. Hier mit dem Ton. Ja. Hier. Ich habe es dir hingelegt. Ich glaube es klang gerade nicht. Ich glaube auch. Ja. Wir kommen wieder zu einer Insel. Acht brauchen wir. Ich hätte noch. Einen Ton gebraucht. Einen Ton? Mhm. Äh. Wie viel Wasserstand hast du noch? Äh. Fast leer. Dann trink du mal was. Weil ich muss dann auch. Okay. Dass wir uns dann nicht genau gleichzeitig im Weg stellen. Dann ist ich noch eine Wassermelone. Dann brauche ich nichts mehr trinken. Ja. Du das. Und ich frieße noch ein paar Erdpfehl. Und dann geht es da hin. Hoppa. Hoppa. Alle. Alle hoppa. Wee. Ist das Fleisch schon fertig? Nein. Noch nicht ganz. Ich wollte gerade sagen, hast du Planken reingeworfen. Ja. Der verbrennt drei Planken fast. Deswegen hat es nicht gelangt. Ja. Das ist ja ein riesen Stück viel. Achso. Wir haben alles gegart. Wo es zum Garn war. Das ist ja klar. Ach Gottchen. So. Was haben wir denn noch? Lager. Achso. Das hast du gerade erforscht. Große Anbaufläche hätten wir auch. Ich hätte gerne ein Vogelnist. Ich glaube, das müssen wir aber erst erforschen. 6 Planken, 3 Nagel. Okay. Du hast aber schon mal gekriegt, dass er Tiere gibt mittlerweile. Ja. Nur finden kann. Anscheinend muss es die geben. Ja. Lamas und sowas. Hm. Ja. Und dann packen wir. Packen wir. Packen wir. Packen wir. Okay. Da freue ich mich drauf. Du musst wirklich. Ja. In 1.4 die Hand. Wir fahren komplett die Verschichtung. Warum? Lautwimpeln. Nein, aber nicht. Hoppala. Ah, jetzt passt's. Oder? Nein, jetzt passt's. Ach Gott. Das verwirrt mich aber ja so. Hast du schon getrunken? Ah, nein. Ah, sollte ich mal. Hm. Du solltest mal so tun, denn der Hai ist auch schon wieder da. Da kann ich aber auch lecker. Das ist der wieder wie sein Material sammeln. Nein. Dann kann ich aber ein Fischen. Ein bisschen Fischen, ein bisschen Freude, ein bisschen von allem. Das Problem ist heute, wie braucht man eigentlich Holz? Ähm, ich hab noch 30. Ich hab 0. Entschuldigung. 2. Soll ich dir einen Stack geben? Nein, brauchst du nicht. Ich sammle mich selber. Gut. Nur bei der Nacht sammeln ist halt sehr schwierig. Insel voraus. Land in Sicht, mein Jung. Du hast eine Axt. Da bekommen wir auch. Oh, das ist eine große. Da bekommen wir auch sehr viel von dem her. Ja, du hast eine Axt. Ja, da halten wir auch. Schau mal, ob wir einen Wurfanker bauen können. Ähm. Wo ist denn der jetzt wieder? Der ist da. Wurfanker. Ich kannte da einen Bau. Ich auch. Dann mach ich. Kannst du ja. Dann haben wir da so groß ist, ob wir die Insel auch wieder nicht, wie du gesagt hast. Ja, der ist schon groß im Vergleich zur letzten. Ja, mein Gott. Jetzt mach ich mir auch nicht kleiner, wie sie ist. Ist wahr? Okay. Dann bekommst du Probleme mit mir. Jetzt weiß ich so etwas getrunken. Na, egal. Hat mir nichts da. Übrigens, Werbung zwischendurch. Falls ihr auch Bock auf andere Spiele habt. So ein Rough. Nicht so das Endg ist. Schaut einfach auf den Kanal um. Es kommt so viel Content. Vor allem so viel Verschiedenes. Ja. Und es kommt immer, immer was anderes. Wir probieren da voll Variationen reinzubringen. Genau. Ist auch für uns besser. Und nicht nur immer das gleiche zu bringen. Ist auch. Ist auch für uns besser. Ja. Weil immer nur das gleiche Spielen, das nutzt sich extrem ab. Genau. Ist irgendwann einfach nur langweilig. Das könnte man auch für sich selber wahrscheinlich. Wenn man ewig und das gleiche Spielen spielt. Ähm. Vergeht's ja mit dem Tun. Wir kommen jetzt demnächst in Ankerwerfer. Ja. Und bevor wir die Insel. Können wir noch ein bisschen nach vorne. Ähm. Betreten. Ist die Folge. Ja. Bereits. Vorüber. Machen wir dann unseren Inselbeitritt zur nächsten Folge. Das ist korrekt so. Das ist auch ein Brachier. Oh Gott. Weißer Hei. Und es kann sein in der nächsten Folge. Ja. Es ist wieder Sonnenaufgang. Also. Es passt ja schon wieder. Perfekt. Wie beim letzten Mal. Gut. Dann. Du darfst. Dann. Wünsche ich. Eine schöne Woche. Schöne Tage. Schönes Wochenende. Na. Wochenende ist vorbei wenn die Folge kommt. Verdammt. Scheiß Montag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt. Schaut auf dem Kanal vorbei. Vielleicht findet ihr ihn gar was anderes. Und ansonsten. Segen wir uns. Beim nächsten Mal. Das ist. Das ist. Segen wir uns beim nächsten Mal. Und damit sage ich. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüssi. Bye. Tschüssi. Bye. 3 Warum.